Also das ist einfach eine so große Scheiße. Die meisten Überholmanöver in der Saison. Fettel hat sich nicht geschnappt. Zumindest da ist er vorne. Wahnsinn. So, jetzt gibt es die Information, dass sie doch vorbeigebunt ist. Was? Warum haben sie das nicht noch in der Ehr gemacht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Really? Warum machen sie das nicht eine oder zwei Runden vorher? Boah, jetzt haben sie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht hingucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich gehe drauf. Wenn beide rausfliegen sollten, hätte Verstappen nämlich dann die Kohle auf. Er gibt vorne die Pace in der US. Er wird mit den alten Reifen. Dahinter ist Max Verstappen mit den frischen Erdnern der Umfangstelle vorbei. Jetzt ist alles losgelöst. Alles vergessen. Was war in dieser langen Zeit, dieser Saison? Verstappen hat alle Trumpf in der Hand in der frischen Reifen. Eine Runde. Leck mich am Arsch. Alles andere als easy für Lewis Hamilton. Wie reagiert jetzt Max Verstappen? Fettel hätte es nicht kommen können. Nee, ich gehe jetzt in. Ruhe. Komm schon. Ja. 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 Oh mein Gott. Mein Gott. Fahr das nach Hause. Fahr das nach Hause. Dann fahr weg. Fahr das nach Hause. Fahr das nach Hause. Fahr das nach Hause. Oh, geh weg, geh weg, geh weg! Häppchen, fahr weg! Nein! Nein! Diesmal nicht! Nicht dieses Jahr! Legt mich im Arsch! Fahr! Fahr doch endlich! Fahr ihm weg! Fahr nach Hause! Na, mach nur jetzt! Mann! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hau ab! Fahr! Nein! Ja! Yes! 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 Und so verdient! Von der Rennleitung mit beeinflusst wurde. Ja, vom Renn geschehen, aber gut, alles richtig gemacht. Haha! Und wehe, die tun ihn jetzt wegen irgendwas zurücksetzen. Das ist wiederum! Du musst doch jetzt keine Tüten holen, Mutter! Ach ja, jeder... Jetzt können alle Mercedes verstehen! Die armen von...